Laptop und den Laptop mitnehmen der erste von 45 hat bestimmt schon 10er verpasst das mich auch mit nerven wenn nicht nachladen sprich er bricht die Ladesequenz ab ich bin gerade ernst das leichte wort es überhaupt hingeht ja ich leider oft unterorientiertes Problem in seinen Spielen hier aber ja auch schlechter ich glaube hier ging es lang aber das Setting ist schon ziemlich cool muss ich sagen nur mein Gott Hunde verdammt mein Gott verdammt ja Hunde ähnlich wie ein Call of Duty 4 was ja Hunde-Liebhaber sollen hier nicht zuschauen ja hier oben ist gefährlich der hat einen Raketenwerfer ja wir werden damit verrecken danke das ist 2 die kennen sich genau aus achten sie auf hinterhalt und gehen sie vorsichtig vor unterhalte ich auch das ist gut das ist das ist natürlich auch was auch nicht hier ist also wir können die alle auch Kosti und das passt somit bin ich eigentlich nie in Munitionsknappheit somit bin ich eigentlich nie in Munitionsknappheit ja ich hab das schon hier glaubt mir jetzt fast wie Mohuhn schießen hier bloß mit Bewegen ja man sollte vielleicht auch mal in Deckung gehen ja was das? Arschlecken ja ja versuchen wir hier immer mit der Militia klau zu kommen das ist schön doch was irgendwie ist das Messer viel zu langsam, finde ich ich weiß nicht, ob wir hier den finden müssen in dieser Stadt oh man also diese Mission nervt mich jetzt schon, glaub mir überall Arschlöcher, Idioten dieses Arschloch dort oben geht mir auf den Sack oh was oh sowas pisst mich schon wieder an das verrecke dort oben in diesem scheiß Kapuf, ey trägt einen schwarzen Sack das kann ja eigentlich nie so schwer sein, soll ich jetzt mal hier es sei denn hier stehen noch 5 Millionen Idioten rum oh mein Gott ich hab ihn wieder verloren los reden Sie mit mir ich bin an Ihnen dran er versucht sich dir in unseren Jusen umzukehren fast bleiben Sie dann oh was oh wenn das jetzt irgendeine arschlöse Mission wird von wegen verfolge das Arschloch dann gute Nacht, glaub mir ich kann auch bloß hier lang ich kann auch bloß hier lang war hier das ist einfach nur okay hier ist eine stelle wo man sie schon haben scheiß sonne hier okay wir sagen jetzt irgendwie ich war jetzt wieder bescheuze wo ist das auch noch ja sie ist ein das ist echt ein Scheiß-Musier entlockt mir ja ja da da ist ein Kaffee machen wollen wir uns erschießen das Lohr Der Klob! Assi! Wie soll ich sie als Einzelner gegen 5 Millionen Idioten aufnehmen, die immer wiederkommen? Wieso ist der immer noch da, Herr? Was? Diese Mission ist grauenhaft. Wieso werde ich jetzt hier abgesetzt? Ich gehe alles in den Anruf, mir ist das so dumm. Gehen Sie weiter den Hügel auf! Das ist extrem, Herr, die Mission. Warte mal, Spanisch, Holzflinte, Herr. Aber wir können ihn einkästen! Nicht nachlassen! So, Lord! Okay, wir sind jetzt mal ehestens hier drinnen. Das wollen wir vor uns, glaube ich, noch nicht. Er ist über den Zaun! Ich bin dran! Warte, ich gehe links rum! Oh, ich sage jetzt mal gerade noch nicht so viel. Oh mein Gott! Unverletzt? Wo muss ich hier hin? Das Problem ist gerade, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh mein Gott! Oh! Was hat denn das so ein Blödsinn? Und ich sag, das war damit? Ist das ein Blödsinn? Und ich habe schon vor allem Blödsinn? Vielen Dank.